Der Faktencheck aus Deutschland hat eine dramatische Diskrepanz zwischen den Forderungen von Politikern und den Texten der geplanten Abkommen ans Licht gebracht. Der Pandemievertrag scheint dabei nur eine Nebelkerze zu sein, um von den raffiniert versteckten verfassungsfeindlichen Klauseln der IGV abzulenken. Hier kommt ans Licht, wie heimtückisch die WHO und ihre finanzstarken Profiteure im Hintergrund einen Staatsstreich in 194 Ländern eingefädelt haben. Durch dieses hinterlistige Vorgehen werden unsere gewählten Mandatsträger hintergangen, weil ihre Zustimmung zu den IGV-Klauseln nicht gefragt ist und sie somit ihrer Stimme beraubt werden. Darum sind unsere weitgehend ahnungslosen Volksvertreter jetzt auf Hilfe aus dem Volk angewiesen. Sie haben fast alle noch nicht ansatzweise die Gefahren erkannt, die insbesondere in den Texten der IGV versteckt sind. Diese Dokumentation will Ihnen praktische Hilfestellung geben, wie Sie nun auch in Ihrem Land Ihre Volksvertreter vor dieser heimlichen Aushebelung der parlamentarischen Demokratie warnen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017